Ah, Ziegelstein. Alles klar. Das sollte funktionieren. Sehr schön. Jetzt kommen wir nämlich zu denen da rüber. Zu Lies Bruder. Be careful. Keep an eye out, will ya? Hey, bud. Ich weiß nicht was passiert mit Mama und Papa, aber ich weiß, wenn du da bist, ich würde sie sterben für sie. Ich weiß nicht was passiert. Bereit mal der ganzen Sache ein Ende. Das hat nämlich Lies Bruder wirklich nicht verdient. Nein! Ah, verdammt. Wir müssen den Kopf abschlagen. Wir müssen den Kopf abschlagen. Wir müssen den Kopf abschlagen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir müssen den Kopf abschlagen. Wir müssen den Kopf abschlagen. gut. Gut, dann wollen wir mal... Wir müssen den Kopf abschlagen. Scheiße! Wir müssen den Kopf abschlagen. Da, da, da. Scheiße. Schnell. Was tut? Genau. Komm schon. Oh, scheiße. Zu. Wir müssen das alleine schaffen. Komm schon. Jetzt eh. Oh. Her damit. Und jetzt dazwischen. Hoffentlich hält das. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Komm schon. Carly. Renn. Nein. 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 Fuck. Scheiße. Ich muss mich jetzt entscheiden. Clementine. Ach. Schwinde. Du. Beklappter. Drecks. Zombie. Lauf, 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 lauf. Lief. Nein. Nein. Das gibt's doch nicht. So ein Arschloch. Kenny. Ah, so ein Arschloch. Wisst ihr, da retten wir den, besorgen den seine Scheißmedizin und dann so'n Scheiß. Das geht. Oh man, das war so awesome. So, wo ist der Typ jetzt? Der kriegt erstmal voll eine in die Fresse, ey. Wir retten den... Oh, boah, ich darf mich nicht aufregen, du. Hey, Glenn. Ich kann nicht hier sein, dass sie in der Stadt geholfen können. Es ist so, dass niemand weiß, was da passiert. Als wir ein paar Tage vorhin sind, könnte man auch gehen. Ich muss meine Chancen nehmen. Ich denke, du hast den falschen Begriff. Vielleicht. Aber ich würde lieber den falschen Begriff an wissen, als den falschen Begriff an nicht. Ich respektiere das. Ihr seid sicher. Wir versuchen. Und, Lee, wenn das nicht besser wird, werden die Leute verraten. Wenn sie von unten gehen. Du sollst sie einfach nicht? Du sagst Carly, dass sie die Begriff. Ja, ich glaube. Vielleicht bist du richtig. Ich weiß nicht, wie man etwas wie das handeln kann. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Das ist doch eine gute Entscheidung, dass der alleine loszieht. Hey, Kind. Das ist doch eine gute Entscheidung. Danke für mich. Kein Problem. Wir müssen uns beachten. Ja, wir machen. Ich denke, du kennst das, was du machst. Scheiße, Mann. Wir machen das? Mit Clementine, ich meine. Vorher, du sagst, dass du blöchst warst. Ich möchte, dass ich dich ansehen, und ich sehe den typen Mann, der alles herauskommt. Die Frau wird einfach gut sein. Danke, Kenny. Du hast es. Kenny ist ein guter. Hat uns immerhin gerettet. Kann man auch mit seiner Frau? Nee, kann man nicht reden. Oh. Duck. Ahem. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Duck? Wir können sie nicht retten, können wir? Ich glaube nicht. Es passiert ziemlich schnell. Ich weiß, dass es dumm ist. Wir haben einfach nur das Überzeugung. Es ist dumm. Aber es ist wahrscheinlich nur das Überzeugung. Ich mag sie wirklich. Sie magst du auch. Danke, Lee. Ich würde lieber sein, ich denke. Ich verstehe. Wait. Lee? Was ist es, buddy? Wie hast du gewählt? Wir beide brauchen dich. Du hast mich. Nein. Ich habe es nicht. Oh. Manchmal machen wir keine Wahl. Wir machen nur was wir tun. Ich wünschte nur, dass du sie gekauft hast. Ah, der Duck. Wir konnten nicht beide retten. Leider. Ach so. Ach so. Aber weißt du was? Du warst nicht. Oh, und dann? Hey Duck. Willst du es für einen Moment kühlen? Okay. Entschuldigung. 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 Es gibt nicht viele Kinder hier. Nein. Es ist nicht das. Es ist... Ich wurde wieder aufgenommen. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Und meine Walkie Talkie broke. Glenn hatte den anderen. Oh. Entschuldigung. Dankeschön. Ich weiß, dass ich schwer sein muss. Ich bin einfach schuldig. Ich weiß, dass es keinen Sinn macht. Aber es ist so, wie ich mit meiner Mutter und Vater gesprochen habe. Und jetzt sind sie weg. Es ist weg. Vielleicht können wir einen anderen finden. Ich werde nur einen anderen finden. Ich werde nur einen anderen finden. Ich werde das machen. Komm her für einen Moment. Hm. Ich werde das mit dem. Oh, Mann. Clementine. Ein anderes Ding. Was willst du? Du möchtest? Du möchtest meine Frau? Sie ist gut. Sie ist gut. Gut. Gut, oder? Du bist du, Lee Everett. Es ist gut. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß, wer du bist. Und ich weiß, du bist ein Böger. Und du gehst einer meiner Frau oder kommst aus der Reihe mal. Und so kann jeder anderen. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß, wer du bist. Und ich weiß, was passiert mit dir. Aber wenn du etwas, was mit meiner Frau oder der kleine Frau mit dir gehalten, Klar, geh einfach hin. Äh, von dem würd ich mir ja gar nichts sagen lassen. Ich hoffe, das ist das Geräusch von uns gewinnen. Ich auch. Diese Motorenin ist ziemlich verdammt. Wir blocken die Entrennungen mit einigen Autos, und bleiben jemanden auf die Seite. Wir können hier bleiben, bis die Militär durchführen. Ich glaube, mit diesem Plan. Ich auch. Wir haben Bedeut, wir haben Wasser, und, der wichtigste Punkt, wir haben Licht. Es sind die Schmerzen, um nach Hause zu holen. Ja, das stimmt. Ihr wisst, Leute, ich denke, es wird okay sein. Nein. Jetzt fällt auch noch der Strom aus. Fortsetzung folgt. Nächstes Mal bei The Walking Dead. Ich denke, wir wären gut, wenn wir die Walkers übernommen haben. Ich dachte, wir wären gut, wenn wir die Walkers übernommen. Ich habe nie gedacht, dass sie uns übernommen haben. Du siehst wie eine Scheiße, Lee. Wann war das letzte Mal, du hast? Ich behalte es. Hey, ich lege dir viel mehr als eine halbe-eaten Kandybar. Wie geht's dir, Clementine? Ich bin wirklich gut, Lee. Wir müssen Essen holen, Lee. Soon. Hi, ich bin Andrew St. John. Wir sind von St. John Derry. Es ist schön. Ich habe niemals zu bedanken, dass du die Walkers von den Walkern nach Herschel's Farm zu retten. Es kommt, Lee. Es wird ein Krieg. Die Walkern, die mich nicht so viel, als die Bandits. Es war Karl-Levlein. Jetzt müssen wir die Handeln machen. Es ist zu viele. Es ist zu viel, die ich nicht. Du hast nie gehört. Du hast nicht gesagt, Lee. Ich habe ihn nach der Rundstolen, in der Kandy gekommen bin. Ich habe ihn nicht gebrochen. wenn ich das Kind war, wenn ich das Kind war, wenn ich nicht war, Entschuldige ihn. Was ist denn passiert? Nein mehr! Bitte! Bitte! Nein mehr, bitte! Please! Please! The Walking Dead, Episode 2, Hunger und Hilfe. Also, das ist so, naja, ziemlich ausgeglichen, was das angeht. Auf Kennys Seite nur 48%? Hm. Gnade. Und nur 45% haben mir wirklich die Waffe gegeben. Und Duck oder Kali. Und nur 23% haben Duck gerettet. Der Rest hat alles Kali gerettet. Hm, okay. Na gut, Leute, das war's jetzt mit Episode 1 von The Walking Dead. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in Episode 2 wieder. Bis dahin, Leute, und tschö, tschö. So, kiddo's. Vielen Dank.